Mein Name ist Fatim Zaskogus, Spieler von Westfalia H04. Ich tippe den 28. Spieltag von der Westfalen Liga 2 und damit beginnen wir. Erstes Spiel ist Brackel gegen Tuss Sinssen. Ja, Brackel braucht unbedingt die Punkte, die spielen zu Hause. Ich tippe auf ein 2 zu 1. Wanneike Westfalia Wickede, beide gute Mannschaften, da tippe ich auf ein 1 zu 1. Lüner SV Iserlohn, 2 zu 2. Konkordia Wimmelhausen gegen Olpe, ich denke mal wird ein umkämpftes Spiel. Vorteil für Wimmelhausen 1 zu 0. Holz Wickede gegen Kirchhörde, Dortmunder Derby. Ich glaube, da will Kandas Spiel verlieren, da tippe ich auf ein 0 zu 0. SC Neheim Mengede tippe ich auf ein 3 zu 0 für SC Neheim, eine sehr heimstarke Mannschaft. Länderstattus Hordl tippe ich auf ein 0 zu 2 und Horst Emscher Westfalia Herne lasse ich außen vor. Ich habe da meinen Tipp im Kopf, aber den will ich es gerade nicht, ja, öffentlich machen.